pilates das sind dynamik power und geschmeidige bewegungen annette alvaredos pilates power flows sorgen für ein tolles körpergefühl und lassen die pfunde schmelzen dieses intensive fließende pilates programm formt den gesamten körper von innen heraus ganz sanft aber extrem effektiv für einen schlankeren strafferen körper mehr beweglichkeit eine aufrechte haltung und elegante grazie die anspruchsvollen übungen lassen selbst bei geübten pilates kennern keine wünsche offen und für sportliche fitness fans sind sie ein toller intensiver einstieg in eine der beliebtesten trainingsmethoden der welt pilates power flows das ist anspruchsvolles intensives pilates training für zu hause